Hallo und willkommen bei Hardware Hard. In diesem Video die wirkliche erste Folge Technik News der Kalenderwoche 16. Cliff Blastczynski, ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter, hat seine Meinung zum Always-On-Konzept der neuen Xbox abgegeben. Er meint, dass die neue Xbox nicht das einzige Gerät bleibt, das eine permanente Internetverbindung braucht, sondern dass definitiv auch künftige Geräte eine brauchen werden. So nannte er auch die Spiele SimCity und Diablo 3, die eine permanente Internetverbindung brauchen, dass diese Spiele ein riesen Erfolg waren und ohne diese permanente Internetverbindung nur ungefähr die Hälfte eingespielt worden wäre. Er meinte auch, Zitat, Technologien entwickeln sich nicht weiter, wenn man sich ständig wegen der Grenzfälle Sorgen macht. Es habe auch viel Kritik gegeben, als Microsoft 2005 beschlossen habe, nur noch Breitbandverbindungen in Xbox Live zuzulassen. Inzwischen kritisierte das so gut wie keiner mehr. Ich finde diese Always-Sache persönlich nicht schlimm, da eigentlich so gut wie jeder eine Internetverbindung daheim hat und es keinen Grund gäbe, seine Xbox jetzt mal vom Internet abzustöpseln. Laut Gerüchten soll der GTX Titan Ableger GTX Titan LE doch nicht GTX Titan LE heißen, sondern GTX 780. Deswegen soll in sechs Wochen schon scheinbar die neue Reihe der Nvidia-Karten bekannt gegeben werden. Intel plant für seine übernächste Chipsatz-Generation Broadwell eine neue SATA-Schnittstelle und zwar SATA Express. Diese Schnittstelle soll 10 bis 16 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stellen, zum Vergleich SATA 3 gerade mal 6 Gigabit. Dieser Schritt ist recht logisch, da wahrscheinlich SSDs in der Zukunft mehr als 6 Gigabit pro Sekunde brauchen werden. Laut Sony soll die Playstation 4 kein Nachfolger der Playstation 3 sein, sondern ein neues Familienmitglied in der Playstation-Reihe wie die Playstation Vita oder ähnliches. Die Playstation 4 soll zwar das Gaming-Erlebnis verbessern, aber nicht die Playstation 3 vom Markt verdrängen. Außerdem hat Sony bekannt gegeben, dass sie die Playstation 4 auf jeden Fall zum Weihnachtsmarkt in unsere Region bringen wird und sie günstiger sein wird als die Playstation 3. Okay, scheinbar soll bei der nächsten Prozessor-Generation Haswell das Top-Modell ein Level-4-Cache extra für die Grafikeinheit haben. Viel ist dazu nicht bekannt, außer dass er 64 Megabyte wahrscheinlich groß sein wird. Ich denke, dass es in einem i7 eher unnötig ist. Es wäre sinnvoller in einem i3 oder i5 ein Level-4-Cache für den Grafikkern zu haben, da es wahrscheinlich mehr Leute gibt, die auf einem i3 oder i5 mit der integrierten Grafikeinheit zocken werden, als jetzt ein Besitzer eines i7s, da die meisten i7-Besitzer sowieso eine dedizierte Grafikkarte haben. Die Systemanforderungen für Metro Last Light wurden bekannt gegeben und für Leute mit schlechten PCs sieht das gar nicht mal so rosig aus. Für die beste Grafik braucht man als Betriebssystem Windows Vista 7 oder 8, als Prozessor ein 3,4 GHz Multicore, zum Beispiel ein i7, als Arbeitsspeicher 8 GB und als Grafikkarte eine GeForce GTX 690 oder GTX Titan. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gemacht wurde, also so hingeschrieben wurde, ohne Treiberoptimierung, also so mit den jetzigen Treibern, weil ich denke, wenn wieder die Grafikkarten darauf angepasst werden, reicht schon bestimmt eine GTX 670 für die beste Grafik. In Ebay ist eine AMD Raiden HD 7990 aufgetaucht. Die Karte ist nun nicht auf dem Markt und wurde auch eigentlich nicht angekündigt und trotzdem ist sie irgendwie in Ebay gelandet. Die Karte war einen Tag in Ebay eingestellt, sie wurde schon auf 96.000 Dollar hochgeboten, jedoch wurde sie nach einem Tag wieder rausgenommen, da es illegal ist, Testprodukte, die nur nicht auf dem Markt sind, zu verkaufen. Laut dem Ebayer hat sie 6 GB GDDR5 Speicher, dieser taktet mit 1500 MHz, sie benötigt zwei 8-Pin-PCI-Express-Connector, verbraucht maximal 375 Watt und sie wurde um 25 MHz übertaktet als die eigentliche 7,79, also auf 950 MHz. Auf der IDF 2013 wurde bekannt gegeben, dass DDR4 schon 2014 den Markt erobern soll. Ich kann mir das allerdings nicht vorstellen, da weder Intel noch AMD DDR4 wirklich in Planung hat, da Intels L50-Board wieder auf DDR3 setzen wird und AM3 Plus immer noch aktuell ist und weitere Prozessorengenerationen darauf folgen werden. Aber es kann sein, dass die Haswell E-Prozessoren dann DDR4 unterstützen, aber diese werden erst 2015 erscheinen. Es soll ein neues Gesetz erscheinen und zwar soll es verboten werden, Schwachstellen in Geräten einzubauen. Oft werden sogenannte Elkos neben heißen Teilen in Geräten positioniert, so damit sich die Lebensdauer von diesen Elkos halbiert. Dies führt dazu, dass es Geräte in Pi mal Daumen zweieinhalb bis drei Jahren kaputt ist. Die soll nicht nur den Geldbeutel schonen, sondern auch die Natur, da dadurch weniger Müll entsteht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls ihr Kritik habt oder ähnliches, schreibt es in die Kommentare. War jetzt mein erstes Technik-News-Video. Dann bis zum nächsten Video.